Die Miete ist die soziale Frage unserer Zeit. Die Miete ist die soziale Frage unserer Zeit. Das System wird sich hochschrauben und kollabieren, aber vorher wir kollabieren die Menschen. Nicht mit! Das ist nicht für uns. Die Miete ist die soziale Frage unserer Zeit. Zwänge, Zwänge. Die Zwangslage der entrechteten Mieter verdankt sich der Zwangslage der zum Kauf genötigten Käufer. Und wieso muss ich mich abstrampeln? Um einfach irgendwo schlafen zu können? An einem Ort, der mir nicht gehört? Einfach um zu schlafen? Ich habe den Schlüssel und den Preis. Und sie brauchen es. Ganze Völkerwanderung sind das von Wohnung zu Wohnung. Sie suchen ein Zuhause und ich mittendrin. Es geht um die Wohnung und nicht um die Makler. Es ist doch egal, wie wir nach Rom kommen, wenn es endlich einen Weg gibt, der hinführt. Und... Oh, da, da, da. Ja, da, da, da. Da, da, da. Vielen Dank.